Ich finde, er hat es verdient. Es gibt Leute, die sagen, solche Taten, die bleiben nicht ungestraft. Das habe ich auch gehört. Das gilt nur, wenn man auch Buddhist ist. Bist du Buddhist? Ich? Ja. Mein Vater. Ich glaube, mein Vater war Buddhist. Denk nach. Wir müssen uns absolut sicher sein. Und dir ist es okay, wenn ich ihn umlege? Ich denke, das geht in Ordnung. Ich könnte meinen Vater nochmal fragen. Will ich ihn umlegen? Nein, Mann. So, da wären wir. Pete! Ich brauche dich zusammen. Worauf wartet ihr? So, Pete. Man, wir müssen was irgendwie anders hinkriegen. Da muss doch noch irgendwie eine andere Möglichkeit geben. Komm schon. Vertrauen. Dann, dann wollen wir mal. Was dauert denn da so lange? Immer. Scheiße, Dave. Sitgesinders. Ich geh überhaupt nicht! Die Kostümer sind echt scheiße! Fuck Pete! Reiß dich zusammen! Wir haben noch 6 Minuten! Seid ihr bereit? Nein, nicht bereit! Geist drauf! Sieh dir noch nicht! Wir sind. Ja, ich habe nicht gesagt! Siehste ja genau! Wie siehst du denn aus? Schupe hier? Lass mich los! Lass mich los! Lass mich los! Hume mir die andereの öffnen! lạiき games EUA! ? ? Musik Scheiße, Dave. Jetzt wach. Fuck, Pete! Du kannst doch nicht deine Maske abziehen, was soll das denn? Zieh ihm die Maske auf. Hey! Was ist das denn? Fuck. Musik 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 Musik